Geschätzte Bäuerinnen, geschätzte Bauern, geschätzte Mitglieder der Landwirtschaftskammer. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Die derzeit herrschende Corona-Krise ist für uns auch Anlass, dass wir natürlich den Dienstbetrieb einschränken müssen. Denn eines ist klar, die Gesundheit unserer Mitglieder und die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht im Vordergrund. Wir haben den Parteienverkehr bis auf Weiteres eingestellt, aber natürlich sind unsere Mitarbeiter jederzeit telefonisch für Notfälle und wichtige Punkte erreichbar. In den Bezirkslandwirtschaftskammern ist derzeit eine der arbeitsintensivsten Zeiten mit der Abgabe der Mehrfachunterräge. Auch diese Termine mussten wir absagen bzw. in die Zukunft verschieben. Wir sind aber derzeit österreichweit dabei, dass wir die Einreichfrist in die Zukunft verlängern, sodass keinem Betrieb, keiner Bauernfamilie ein wirtschaftlicher Schaden entsteht. Und abschließend möchte ich noch etwas sagen, nachdem man jetzt wieder sieht, dass die Landwirtschaft eine der wichtigsten Berufsgruppen ist. Denn die Landwirtschaft ist jene, die die österreichische Bevölkerung mit gesunden und guten und regionalen Lebensmitteln versorgt. Danke ganz herzlich unseren Bauernfamilien für ihre sehr gute, sehr fleißige Arbeit. Und natürlich ist es so, dass die Maßnahmen, die gesetzt wurden, für die Landwirtschaft insofern nicht gelten. Wir können weiterhin unsere Arbeiten am Ocker, am Feld und natürlich im Stall fortsetzen. Denn eines ist klar, wir wollen im Herbst wieder gesunde, gute, hochwertige Lebensmittel produzieren bzw. den Konsumentinnen und Konsumenten zur Verfügung stellen können. In diesem Sinne, danke für euer Verständnis, alles Gute und vor allem bleibt gesund.